Maximal reaktionär, religiös und rückständig. Normalerweise ist das eine Überleitung zu Bayern, dieses Mal aber leider eine Überleitung zu Afghanistan unter seinen neuen alten Herrschern, den Taliban. Afghanistan ist ein Land, für das man sich hierzulande derartig wenig interessiert, dass die meisten noch nicht einmal wissen, dass das hier gar nicht Afghanistan ist, sondern Bayern. Nach dem Rückzug der westlichen Truppen haben die Taliban das Land, ja, ich, keine Ahnung, ich drücke es jetzt mal kulturunsensibel aus, sie haben das Land im Schweinstempo zurückerobert. Und nach allem, was man bisher weiß, lag das wohl an einem strategisch klugen, disziplinierten Vorgehen und nicht etwa an überlegener Militärtechnik. Oh ja, hier sehen wir so ein paar Taliban auf ihrem Teppich, wahrscheinlich die Luftwaffe. Danke. Danke, vielen Dank. Ja, ich weiß. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Was machen wir jetzt? Unser Außenminister Heiko Maas hat bereits kurz nach dem Fall von Kabul angekündigt, Originalzitat, Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird. Damit ist die deutsche Entwicklungshilfe für Afghanistan passé. Dagegen regte sich sogleich Widerstand, und zwar aus der außenpolitisch regelmäßig irrlichternden Linkspartei. Für dumme Wortmeldungen von den Linken sind eigentlich nur zwei Personen zuständig. Einmal er hier, der Rote Höcke. Bei dem fragt man sich ja schon lange, wo hört Populismus auf, wo fängt Demenz an? Und natürlich auch seine Ehefrau, Sarah, ich hasse alle Linken, Wagenknecht. Darf ich jetzt eigentlich diesen uralt-Gag recyceln, die Sarah Wagenknecht hat einen Oscar gewonnen? Ist ja schon gut, meine Güte. Wird ja schon mal fragen dürfen. Also, dieses Mal jedenfalls kam ein merkwürdiger Beitrag aber von Gregor Gysi. Direkte Entwicklungshilfe, also Geld an die Taliban, will er natürlich auch nicht zahlen, meinte aber, Deutschland könne etwa in der Bildungspolitik projektbezogen Schulen unterstützen, unter der Bedingung, dass man Einfluss auf die Lehrinhalte hat und auch Mädchen dort unterrichtet werden. Also für ein paar Millionchen akzeptieren die Taliban in ihren Schulen Humanismus und lassen sogar von Frauenunterdrückung ab, einer der wichtigsten Säulen ihrer Ideologie. Ganz ehrlich, auf die Pointe wäre ich nicht gekommen. Jetzt muss ich den Gregor Gysi aber auch ein bisschen in Schutz nehmen. Der arme Mann saß im Deutschen Bundestag jahrelang neben Abgeordneten von CDU, CSU und FDP. Daher glaubt er natürlich, bei konservativen Rechten und Reaktionären seien alle Positionen verhandelbar und Politiker käuflich. Aber wissen Sie was, Herr Gysi? Die Taliban. Die Taliban sind noch schlimmer als Christian Lindner. Nein! Nein! Doch! Ja, klingt komisch, ist aber so. Interessant ist übrigens auch, wie Gregor Gysi seinen tollen Vorschlag begründet. Der Kalte Krieg, den habe ich ja nun unmittelbar erlebt. Und ich weiß, wie die DDR war und dann weiß ich, wie Willy Brandt kam und sagte, er ändert jetzt die Politik Wandel durch Annäherung. Und da hat sich die DDR geändert, weil sie immer Bedingungen formuliert haben für bestimmte Hilfeleistungen. Und das ist meine Erfahrung. Deshalb, ich möchte gerne zurück zur Politik Wandel durch Annäherung. Ganz ehrlich, als DDR-Bürger mit außenpolitischer Expertise, sollte Herr Gysi doch eigentlich wissen, dass es vielleicht ein paar kleine, unbedeutende, also wirklich nebensächliche Unterschiede gibt zwischen der DDR und den Taliban. Na gut, okay. In beiden Fällen regierten Betonköpfe und Männer mit Bart hatten die größte Autorität. Und ich muss ja auch ehrlicherweise zugeben, Gregor Gysi hat in diesem Gespräch auch sehr viele richtige Punkte angesprochen. Oder, wie ich es als Ossi ausdrücken würde, es war nicht alles schlecht. Nein, es war nicht alles schlecht. Aber trotzdem, die Überzeugung, Wandel durch Annäherung, beziehungsweise die Vorstellung, die Taliban für Errungenschaften der Zivilisation kaufen zu können, ganz ehrlich, das halte ich persönlich für ziemlich absurd. So, verbohrte religiöse Extremisten mit Geld zu locken, zeigt wirklich absolut kein Verständnis dafür, wie Islamismus funktioniert. Daher freue ich mich auch schon auf die nächsten Vorschläge der Linkspartei. Hier zum Beispiel, Freibier für Pressefreiheit. Für jeden kritischen Journalisten, der nicht erschossen wird, spendiert Deutschland einen Kasten Kronbach ab. Ja, und hier zweitens, Quoten für LGBTQI. Bei der nächsten Steinigung. Wobei, ich glaube, da kommen die Taliban selber rauf. Egal, liebe Taliban, kleine Info für euch, beziehungsweise für eure religiösen Führer. Solltet ihr jemals mit den Linken verhandeln, dann merkt euch einfach folgenden Grundsatz. Fördergelder, ja, die hat man. Genders du bei deiner Fatwa.